Ein Diener seiner Zeit. Ein Diener einer ganzen Generation. Ein Diener der Wahrheit. Ein Diener bis heute. Er gilt als Vater des württembergischen Pietismus und ist doch viel mehr. Johann Albrecht Bengel war zu seiner Zeit einer der bedeutenden Bibelwissenschaftler, ein Neu-Testamentler, der hier Bahnbrechendes geleistet hat. Er verband gelebte Frömmigkeit mit theologischem Scharfsinn. Er schuf Grundlagen, die sich bis heute auswirken. Sein Denken fasziniert und sein Glaube überzeugt. Ich glaube, dass Gott nicht ohne seinen Willen bei mir alles so gelenkt, dass ich erst unter eurer Führung begann, ihn selbst zu suchen. Wer war der Mensch hinter Johann Albrecht Bengel? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! granted, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.